Jungs vs. Mädchen Thema Märchengeschichten Wie die Mädchen in Märchengeschichten sind Meine Eltern haben mich losgeschickt um meine Großmutter zu besuchen Die ganz alleine in einer Hütte im Wald wohnt Der einzige Weg führt durch diesen dunklen, gefährlich aussehenden Wald Naja gut, Augen zu und durch 20 Minuten später So, da bin ich jetzt angekommen Hallo Großmütterchen Warum hast du denn so große Augen? Das Rotkäppchen, geh raus aus dem Bad, ich bin gerade am Kacken Wie die Jungs in Märchengeschichten sind Haha, ich der heldenhafte Prinz werde jetzt die wunderschöne Prinzessin aus dem verfluchten Schloss befreien Und dann werden wir heiraten, wuhu 20 Minuten später Lass mich in Ruhe, geh weg Ey, bleib stehen, ich will dir noch den Kuss als Song für meine Rettung geben Komm her Vergesst nicht den Link in meiner Beschreibung und in meiner Bio Dann kommt ihr nämlich auf meinen Discord und dann können wir vielleicht zusammen mal reden Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.